Hallo ihr Lieben, es gab ein paar Kommentare, die meinten, ich soll auch mal meine Lieblingsprodukte für euch vorstellen. Das mache ich jetzt einfach mal komplett kostenlos für euch. Es kann natürlich sein, dass irgendein YouTuber diese Challenge schon einmal gemacht hat, aber ich lese natürlich die ganzen Kommentare und deren Challenge-Vorschläge. Oder natürlich kann irgendein anderer Kommentarschreiber sich bei jemandem bedienen, wo er eine gewisse Challenge schon einmal gesehen hat. Trotzdem dachte ich mir heute, kann ich mal diese Challenge machen, dass ich ein paar meiner Lieblingsprodukte vorstelle, wie unter anderem dieses Holzschwert mit der Schärfe 2. Und ich möchte natürlich ganz klar sagen, das hier ist keine Produktplatzierung. Ich bekomme dafür kein Geld. Dementsprechend ist alles wirklich werbefrei. Aber dieses Schwert ist einfach so ultra gut, das kann man bei Postmann kaufen. Und du kannst dieses Schwert für 4 Euro erwerben und kannst es dir wunderbar in den Arsch stecken, ohne dass es braun wird. Es wird einfach nicht braun, denn du hast da ein Tuch dabei, mit dem du alles wunderbar abwischen kannst. Dementsprechend wird es kaum braun. Vor allem ist das Schwert schon braun. Und es macht dich auch unsichtbar. Daher hast du wirklich immer den richtigen Riecher, im wahrsten Sinne des Wortes, und kannst damit super gut Leute töten und die Runde gewinnen. Oh, oh, fuck, oder ist dein Typ? Okay, alles klar. Aber den bekommen wir auch noch. Wie wir sehen, bekommen wir mit unserem neuen, coolem Schwert jeden Gegner down. Und daher kann ich es euch nur ans Herz legen, dieses hier zu kaufen. Dann haben wir noch ein weiteres Produkt, und zwar diesen wunderbaren goldenen Apfel. Der Apfel ist eigentlich gar nicht wirklich gold, der ist eigentlich rot. Aber ihr bekommt bei diesem Produkt, wenn ihr diesen Apfel kauft, bekommt ihr ein Spray dazu. Mit diesem Spray könnt ihr jedes beliebige Produkt auch diesen Apfel natürlich wunderbar in einem Gold ansprühen. Bitte Leute, beachtet nicht den kleinen Warnhinweis auf dieser Spray-Dose. Da ist nämlich ein Gift-Smiley drauf. Aber natürlich ist der Gift-Smiley nur da, um ein schönes Accessoire zu bilden. Wie bei meinem Bibi-Phone oder bei meinem Bibi-iPad oder bei einer Bibi-Toilettenbürste. Natürlich alles nur Accessoires und es ist natürlich nicht gesundheitsschädlich für euch. Bitte vertraut mir einfach mal. Ihr wisst ja, ich würde euch nie irgendwas andrehen oder ein Produkt andrehen, hinter dem ich nicht hundertprozentig stehe. Und dementsprechend kann euch da wirklich überhaupt nichts passieren. Also ihr könnt auch wunderbar natürlich dann dieses Spray und den Apfel wunderbar kaufen bei dem nächsten DM-Markt. Sprich bei dem nächsten Drogenmarkt. Und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ist super günstig und hilft euch jetzt, wie man sieht, auch hier in jeder Lage, in jeder Kampflage weiter. Denn so könnt ihr einfach und ganz sanft jeden Gegner in den Schlaf wiegen. Und was willst du eigentlich mehr haben? Ich glaube, mehr brauchst du nicht als das. Also ich möchte euch nochmal klipp und klar natürlich sagen, dass all diese Produkte, die ich dir gerade vorstelle, mache ich natürlich nicht, um irgendwie damit Geld zu verdienen. Sondern ich habe da wirklich sehr viel Spaß dabei, diese Produkte auch im privaten Umfeld zu benutzen. Und wie ihr seht, ich benutze die ja gerade auch hier in diesem Video. Dementsprechend wisst ihr ja oder müsst ihr ja wissen, dass ich diese Produkte auch wirklich in meinem privaten Leben so verwende. Also den goldenen Apfel werde ich auch in meinem privaten Leben immer wieder mal benutzen. Und das soll euch eben auch klar sein, dass ich da nicht euch irgendwas vorgaukele. Aber ich habe noch zwei weitere Produkte, die ich euch ganz gerne vorstellen möchte. Und zwar haben wir einmal diese Perle hier. Und zwar diese Perle hat auch einen wunderbaren Zweck. Denn es kann ja öfter mal vorkommen, dass du eventuell verliebt bist. Aber ich möchte aber ganz, ganz wichtig sagen, im Vorfeld, bevor ihr da nicht irgendwie was falsch versteht, dieses Produkt ist nur für gut aussehende Menschen. Also kauft am besten noch sämtliche Produkte für Schminke, die ich euch in den letzten Videos irgendwie angeboten habe. Am besten kauft, damit ihr auch wunderbar ausseht. Denn es kann nur mit diesem Produkt habt ihr eben diese Perle. Und wie ihr eben wisst, wenn ihr eben mal eine süße Perle habt oder auch mal mehrere Perlen habt, falls ihr ja natürlich dann ein bisschen mit mehreren Mädels oder Jungs irgendwie rummacht, kann es natürlich öfter mal sein, dass ihr da einfach so ein bisschen in Bredouille geratet, weil ihr dann auf einmal den anderen Freund seht, während die andere irgendwie noch da ist oder so. Mit der Perle kannst du also wunderbar einfach abhauen und bist mit der Perle alleine. Falls du wirklich mal irgendwie mit mehreren Gleisheit irgendwie was am Laufen hast, kannst du einfach mit einer verschwinden und hast die dann für dich alleine. Also auch hier ein wunderbares Produkt, was du wirklich ganz supergut benutzen kannst. Und es hilft dir wirklich in jeder Lebenslage weiter. Und somit hast du einfach das Beste daraus geholt aus deinem Leben. Also ich kann euch das auch wirklich nur ans Herz legen. So, haben wir einen Kompass dabei? Wir haben einen Kompass dabei. Das finde ich auch wunderbar. Denn es ist das letzte Problem, was ich euch mal vorstellen möchte. Und zwar mit diesem Kompass, ja, hast du nicht nur die Möglichkeit, jeden Gegner oder jeden nächstgelegene Person irgendwie ausfindig zu machen auf der Gamescom, vielleicht jeden YouTuber irgendwie, ja, zu sehen, wo ist der nächste YouTuber. Nein, auch hast du die Möglichkeit, ein Wochenende mitzugewinnen, weil du musst ja erstmal das Ganze lesen können. Du musst ja erstmal versuchen können, diesen Kompass zu lesen. Und dementsprechend kannst du am nächsten Wochenende eine wunderbare, naja, Pfadfinder-Tour mit mir gewinnen. Mit mir, dem einzigwahrigen Dombi oder Dombi-Beauty-Displays, keine Ahnung, wie ich heiße. Aber ihr könnt es einfach wunderbar gewinnen und ich kann den Typen nicht schlagen irgendwie. Und von daher ist es wirklich gar kein Problem, den Kompass zu lesen nach diesem Wochenende. Also sehr gerne mitmachen. Alle Produkte in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich just for free und for fun natürlich auch. Auch in diesem Sinne würde ich sagen, seht uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Und euch noch einen wunderbaren, wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Hau und zu Ryan. Auf Wiedersehen.